Der Borussia-Park ist ausverkauft und heiß auf das Topspiel. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Über 54.000 sind da. Und jetzt können wir erstmals angreifen. Und dann scheint es Handspiel gewesen zu sein von Süle. Das ist das, was der Schiedsrichter angezeigt hat. Elfmeter! Da steht er, Elfmeter. Der wird jetzt ausgeführt. Hazard gegen Ulreich, Tor, Tor, Tor! 1-0, Gladbach! Hazard macht mit, geht jetzt in Richtung Strafraum. Schöner Pass, zuständig, der schießt hinter den Kiefer! Tor, 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 2-0! Visiert der Schuss von Nidaltor. Mit der Hand dran, aber kann das Tor nicht verhindern. Alles steht in Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach gewinnt 2-1 gegen den FC Bayern München. Tor, 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 Tor. Tor, 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 Tor. Untertitelung des ZDF, 2020